Arab Erdogan. Arab bleibt alle seinen Frauen und seinen Namen treu und bezahlt auf ihren eigenen Leben. Mit dem Aufstand des heiligen Volkes konnte das Moral-Ditsche heißt, vier Weinegärten ermöglichen. Diese Leibnisse hat ein armenischer Böscher namens Smaei Israel im Jahr 1946 zu einem Grammar geplant, welches heute unsere Schülerinnen und Schüler hat einfach angeschaut. Ich möchte diesen Anlass nutzen und ganz herzlich mit ihr an das Wort bei dieser Diätrat. Bei unseren Geschäften Frau Rav Schoen-Sepanian, Gesangstwerter Erdogan-Iran-Russia und Amerikaner Erdogan-Sepanian, sowie bei unseren Dekompatitor Erdogan-Kostanian und bei allen anderen die heutige Ausführungen ermöglicht haben. Im Anschluss möchte ich auch geschenkt, die ich aus Armenien und Departate an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligen. Der große Dank geht dafür an den Unternehmer, Herrn Paragapatasaray. Also anschließend warten wir Sie alle ganz nicht in das Ebengebilde zum traditionellen armenischen Dormarkt. Liebe Gäste, ich wünsche uns allen eine spannende und schöne Zeit. Danke. Applaus 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 Musik 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 Applaus 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 mit einem geflberisheren вызervationistischen Pflegern die durch zwei Menschen Ela veröffentlicht sie güçlich von rushed sie kommen sie folgen Drank Die carreraas sind die Das ist ein Kanzler. Amen. 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 Amen.